Hallo, wir sind hier in Erfurt am Domplatz bei der Abschlusskundgebung der AfD Thüringen. Hier haben wir Jürgen Pohl und Jens Kästner, beides MdBs. Ich möchte mal fragen, warum es wichtig ist, morgen zur Wahl zu gehen in Thüringen. Morgen ist es nicht wichtig zur Wahl zu gehen, morgen ist es wichtig blau zu wählen. Wir müssen Thüringen einfach blau machen. Wir müssen hier die Chance nutzen, Regierungsverantwortung zu gehen, um dann diese unsägliche illegale Migration zu beenden, um dann diese freien Mittel für soziale Fragen zu verwenden. Ja, vielen Dank. Jürgen hat es eben schon gesagt, Kultur, Identität, unsere Heimat und Thüringen ist für uns, ich komme ja aus dem Westen, ich komme aus Niedersachsen, ist für uns immer ein Beispiel gewesen und deswegen ist es wichtig, dass Thüringen hier wieder vorangeht, ein gutes Ergebnis erzielt und wie Jürgen eben schon gesagt hat, am besten die Regierung stellt. So muss es sein. Schaut doch mal, wir haben dieses Mal die Möglichkeit, das Wahlergebnis vom letzten Mal zu verdoppeln und das innerhalb von vier Jahren. Das hat es in Deutschland noch nicht gegeben, weil es solche Parteien in Deutschland noch nicht gegeben hat, mit solchen Führungsleuten wie zum Beispiel Björn Höcke. Vielen Dank. Also Leute, ihr wisst worum es geht, geht zur Wahl, raus aus den Federn, Kaffeetasse hinstellen und ab ins Wahllokal. Wir zählen auf euch, ganz Deutschland baut auf euch. Ihr seid jetzt die Hoffnung, um neue Impulse zu geben, damit Deutschland blau wird. Morgen für Thüringen. Morgen für Thüringen, drauf und rein, wir schaffen das.